ARD Text im Auftrag von Funk Alle Stimmung müssen wir übertragen auf euch und dann kämpft ihr und dann gewinnen wir gemeinsam dieses Ding, Mann! Gewinnen wir gemeinsam! Also Jungs, ihr schafft das am Mittwoch, ich bin mir ganz sicher. Seit 15 Jahren sind wir dabei, seit 20 Jahren sind wir dabei. Viele Streitspiele gesehen, das wird ein geiles Spiel. Haut rein! Ja, wir wünschen uns natürlich gegen Bremen einen Sieg. Das wird schwer, aber wir hoffen, dass das klappt. Aufkämpfung, Jungs! Kämpfen und siegen! Ich glaube, ihr packt das. Ihr werdet den Jungs zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich denke, wir werden Bremen 3-1 schlagen. Also Jungs, ich würde mal sagen, ganz einfach, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Hi Jungs, ich finde euch total super und ich weiß ganz genau, ihr holt die Punkte. Dankeschön für die schönen Spiele, die ihr uns zeigt. Ja Jungs, alles raushauen am Mittwoch und dann passt das schon, ne? Leute, alles Gute, ich weiß ganz genau, dass ihr es schaffen könnt. Denkt immer dran, der Pokrad hat seine eigenen Gesetze und gebt nicht auf, kämpft einfach. Auf geht's, Arminia, kämpfen und siegen. Und dann gehen wir auch in die nächste Runde. Jungs, ihr seid die geilsten! Blaue Kameraden für Arminia Bielefeld! Jawohl, ihr macht sie weg! Liebe Arminen, wir stehen hier vor dem Heimathafen, der Kneipe nach dem Spiel. Und wir wollen natürlich auch am Mittwoch hier stehen. Und dafür müsst ihr gewinnen für uns, Mann! Wir fahren nach Berlin! 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 Wir fahren nach Berlin! Berlin!